Nummer 4 Tauchen Sie ein in die Schönheit von Philips OLED Von HDR-Filmen bis zu rasanten Sportarten erleben Sie schärfere Details, sattere Farben und flüssigere Bewegungen. Ambilight schafft die perfekte Atmosphäre. Und wenn Sie den Kanal wechseln möchten, fragen Sie einfach Alexa. Er hat ein schlankes Design, einen dünnen Rahmen und einen dunklen Metallsockel. Dank des Philips P5 Prozessors erhalten Sie perfekte Bilder von jeder Quelle und einen detaillierten Klang dank des integrierten Tief- und Hochtöners. Er bietet App-Zugriff mit nur einer Taste, einschließlich Netflix und Prime Video. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3 Fernseher B7 Serie von LG 55 Zoll Ideal für Filmliebhaber für außergewöhnliche Erlebnisse in 4K HDR und Dolby Vision Unterstützung Sein Wert ist die Bildqualität. Die 55 Zoll OLED-Panel und 4K UHD-Auflösung machen ihn außergewöhnlich in Farbe und Intensität der Schwarztöne. Er hat ein feines und elegantes Design, von bemerkenswerter Verarbeitung, fast randlos und sehr dünnem Profil. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen mit dem Betriebssystem Webhost 3.5 und der Magic Remote für eine einfache und intuitive Steuerung des Fernsehers. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Dieser 55 OLED-Fernseher von LG bietet Bildqualität und Leistung auf höchstem Niveau. Die Farben sind perfekt kalibriert mit tiefen Schwarztönen und einem unglaublichen Kontrastniveau. Ideal für die Wiedergabe von HDR und Ultra HD 4K Filmen. Schade nur, dass HDR 10 Plus fehlt. Die Fernbedienung hat eine tolle Ergonomie und spezielle Tasten für Netflix und Amazon Prime. Außerdem verfügt er über ein Zeigersystem zur Auswahl von Bildschirmoptionen, als wäre es eine drahtlose Maus. Außerdem verfügt er über ein integriertes Mikrofon, um Zugriff auf den Sprachassistenten von Google zu erhalten. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Dieser Panasonic OLED-Fernseher ist in den Varianten 55 und 65 Zoll erhältlich, verfügt über eine sehr gute Bildqualität und hat ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Er verfügt über ein außergewöhnliches 4K-Paneel für Detail- und Farbqualität. Er ist mit der Filmmarker-Funktion ausgestattet, die Bildrate, Kontrast, Farbe und Bildverhältnis intakt hält. Er unterstützt Dolby Vision IQ und HDR 10 Plus und wird von Netflix aufgrund seiner Leistung und der einfachen Bedienung der App empfohlen. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017